Finanzmarkt-Welt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 14. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die Wall Street Indizes starteten den gestrigen Handelstag aufgrund der von Moody's veröffentlichten Herabstufung des US-Kreditausblicks etwas niedriger, obwohl die Kreditbewertung weiterhin bei AAA bleibt. Moody's hatte am Freitag den Ausblick von stabil auf negativ gesenkt und dies mit einem großen fiskalischen Defizit und politischer Blockade im Kongress begründet. Die US-Indizes konnten sich am gestrigen Handelstag von ihren anfänglichen Verlusten erholen und endeten uneinheitlich. Der S&P 500 verlor 0,08 Prozent, der Dow Jones gewann 0,16 Prozent, während der Nasdaq 100 0,30 Prozent verlor. Die Futures-Kontrakte für die US-Indizes zeigen sich heute früh weitgehend unverändert. An den europäischen Märkten handelten die Indizes gestern höher, wobei der deutsche DAX um 0,73 Prozent stieg, der französische CRC 40 um 0,6 Prozent zulegte, der britische FTSE 100 um 0,9 Prozent stieg und der italienische FTSE MIB um fast 1,5 Prozent zulegte. Europäische Futures weisen heute früh auf eine niedrigere Eröffnung für die Kassensitzung hin. Aktienindizes der asiatischen und pazifischen Regionen zeigen aktuell eine gemischte Entwicklung. In der ersten Tageshälfte gewinnt der südkoreanische COSPI-Index am meisten mit plus 1,25 Prozent, gefolgt vom japanischen Nikkei 225 mit plus 0,35 Prozent. Währenddessen verliert der australische S&P ASX 200 Index 0,15 Prozent, der indische Nifty Fifty fällt um 0,45 Prozent und die chinesischen Indizes fallen zwischen 0,05 bis 0,30 Prozent. Renditen für US-Staatsanleihen bleiben um 4,63 Prozent. Eine Prognose von Goldman Sachs sagt einen langsamen Rückgang der Inflation in Australien und Neuseeland auf unter 3,0 Prozent im vierten Quartal 2024 voraus. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Reserve Bank of Australia ihre restriktive Politik bis dahin fortsetzen wird. Der Federal Reserve Notenbanker Barr sagt, die im März beobachteten Spannungen im Bankensystem haben nachgelassen und das Bankensystem befindet sich in einer guten Liquiditätslage. Ein ehemaliger Notenbanker der japanischen Notenbank Bank of Japan erwartet, dass die Bank ihren Negativzinspolitik im April beenden wird, mit einer möglichen Zinserhöhung auf der Grundlage der anstehenden Lohnverhandlungsdaten. US-Finanzministerin Janet Yellen war nicht einverstanden mit der Entscheidung von Moody's, das Rating der USA auf einen negativen Ausblick herabzustufen. Sie warnte außerdem vor den Herausforderungen, die mit höheren Zinssätzen verbunden sind, einschließlich des Schuldendienstes und einer möglichen Schließung von Regierungsaktivitäten. Der japanische Finanzminister Suzuki gab eine subtile verbale Intervention zum japanischen Yen ab. Er erklärte sich bereit, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren, um den Yen zu stabilisieren und die übermäßige Volatilität einzudämmen. Er erkannte sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen einer schwächeren Währung an. Der Handel im japanischen Yen verläuft heute flach, wobei sich das Währungspaar US-Dollar gegen japanischen Yen, USD-JPY, um die jüngsten Höchststände vor der Intervention am Ende des Jahres 2022 konsolidiert. Es ist jedoch festzustellen, dass solche Niveaus weder bei der Regierung noch bei den Anlegern eine entscheidende Reaktion hervorrufen. Der Kryptowährungsmarkt zeigt leichte Zuwächse nach einem Pullback am Ende des Vortages. Bitcoin steigt um 0,55% auf 36.600 US-Dollar und Ethereum steigt um 0,40% auf 2.060 US-Dollar. Heute um 14.30 Uhr deutscher Zeit werden in den USA die Verbraucherpreise für Oktober gemeldet. Das wird das Top-Event des Tages für die Märkte. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.